Wenn Lutz und Linda im Kindergarten die Hosen runterrutschen. Ich begrüße Sie zum zweiten Teil unserer Sendereihe zum Thema Gender Mainstreaming. Anstatt nach dem jüngsten Vorfall in einer Mainzer Kita, wir berichteten am 17. Juni, die Frühsexualisierung in Kindergärten und Grundschulen zu stoppen, werden von der Bundesregierung immer weitere Maßnahmen gegen das Grundgesetz, das Kindeswohl und den Menschenverstand durchgedrückt. Jüngstes Beispiel ist die Kindergartenbox Entdecken, Schauen, Fühlen, die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Februar auf der Bildungsmesse Didacta 2015 präsentiert wurde. Zwei prägnante Stoffpuppen sollen in Zukunft deutsche Kitas und Kindergärten bereichern. Lutz, ein Junge mit Hoden und Penis und Linda mit der dazu passenden Vagina. Idealerweise soll der Puppe Lutz vor den Kleinkindern in den Kindergärten mithilfe der Erzieherinnen und Erzieher trickreich die Hose runterrutschen. Dann soll das Thema aufgegriffen und die beiden Sexualerziehungsmittel Lutz und Linda in den Puppenecken einfach zum Spielen platziert werden. Wenn ein Exhibitionist vor Kindern die Hosen runterlässt, gilt das als sexueller Missbrauch von Kindern nach Paragraf 176 Strafgesetzbuch und ist ein Fall für den Staatsanwaltschaft. Wenn Erzieherinnen und Erzieher dem Lutz in Zukunft aus Versehen die Hosen runterrutschen lassen, ups, was ist denn da passiert, sagen und anfangen in die Details zu gehen, gilt das laut Bundesbehörden als pädagogisch wertvoll. Morgen geht es bei uns weiter zum Thema Gender Mainstreaming. Guten Abend.